Guten Tag, mein Name ist Steffen Hase. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Hase & Partner Immobilienverwaltung aus Augsburg. Wir beschäftigen uns heute mit dem Immobilienverwalter als Treuhänder. Ein ganz wesentlicher Part in der Auftragsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Verwalter. Ein ganz wesentlicher Part in der Auftragsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Verwalter.